Sie haben sich verbarrikadiert. Verdammte Wurfmesser. Kannst du die Patrouille erledigen? Am besten mit Wurfmessern. So. Jetzt wird es ein wenig sneaky. Ich hatte mal eine Taktik, wie man hier relativ gut durchkommt, aber ich glaube, ich habe die vergessen. Ein bisschen länger her, da ich das Spiel gespielt habe, aber ich warte jetzt mal darauf, dass ein Kollege hier kommt. Irgendwann mal. Hang! Das sollte nicht passieren. Nix, Kollege. Gar nix. So, ich glaube, jetzt habe ich ein kleines Problem. Wow! Habe ich. Das sollte eigentlich alles nicht passieren. Danke. Gucken. Wie viele habe ich überhaupt? Wir haben Verletzte. Etwas aggressiveres Vorgehen. Aua! Komm, scheiß aufschleichen. Wir haben hier. Hunter hilft auch. Wir sind wirklich wieder wunderbar. Mit... ... ... ... Wofür! Sicher? Noch ein bisschen. Wir machen noch mal. Danke. ... ... Der hat mich jetzt gesehen, der hat mich gar nicht sehen können. Muss vorsichtig sein. Oh, Banane. So, wo sind die Splitter? Da. Das war scheiße. Ich müsste meine Messe aber hier eigentlich irgendwo wiederfinden können. Oder halt auch nicht. Super gemacht. Das sind ja wieder alles wie am Schnürchen hier. Lampe aus. Mal gucken. Auch nicht funktioniert. Ja, man probiert hier immer ein bisschen rum am Anfang. Habe ich eigentlich Granaten? Ich hätte mir Granaten kaufen sollen. So, warten wir mal wieder auf Monsieur. Das stimmt was nicht. Komm, gib Gummi. Wenn ich dem da jetzt ein Messer reinhämmer, dann funktioniert das glaube ich leider nicht. Von wegen Helm und so ein Scheiße. What the fuck? So, jetzt aber. Wo ist mein Messer? Och, Menno. Ah, ich habe es wieder. Kommt Kollege Nummer zwei. Und geht wieder. Und stiften gehen. Ich trete aber auch immerhin alles rein, was ihm... ...kneed- und nagelfest ist. Burban ist eine wahre Hilfe und ich... ...wollte jetzt einfach mal hier rein. ...kneed- und nagelfest ist. Vielleicht funktioniert es diesmal mal. Ich werde auch noch mehr von euch töten. Das waren immer noch nicht alle. Na, da habe ich mal wieder... ...Munition drin. Diesen Schalldämpfer siehst du das Ziel nicht mal ordentlich. Ja, ich bin verwundet! Stirb doch! Was für das Mist! Was für das Mist! Manomede! Bewegt sich noch irgendwas oder irgendjemand? So, die Frage... Wo? Wir haben HWB-Dukam! Hm? Gute Nacht, Mädels! Ich habe es schon geschafft, das Ganze hier mit... ...Schleichen zu schaffen. Hilfbar, Start! Aber es ist natürlich wieder so... Es darf nicht wahr sein, diese behinderte Maske... ...schützt ihn vor einem Kopfschuss. Diese Munition ist echt... ...meinster... ...Witz. So, das war jetzt aber alles, oder? Das war alles. Gut, da wollen wir hier mal... ...fleißig... ...mitnehmen. So, und jetzt werde ich mal... ...die Waffe hier... ...gegen meine Schrotflinte tauschen. Denn das hier ist so gesehen eine... ...Voltkanone. Die kann man nachladen. Und es ist so gesehen ein ordentliches Scharfschützengewehr. Ähm... ...gegen lassen, aber was stand da gerade? Egal. Einfach auf E-Hämmern und alles einsacken hier. Da vorne lagen auch noch ein paar Leichen rum. Was hast du noch so? Nichts mehr. Ich habe mich gerade eben schon. Nehmen wir uns noch den einen da hinten vor. Ah... Es lebt immer noch einer. Und zwar alles springt hier denn rum. Ähm... Hier wird es doch nicht lange bleiben. Oh, sorry. Das war einer... Ne, das war Bourbon. Nicht einer meiner Kompanions. Ich habe nämlich nur einen. Ja, Bourbon. Können wir loslegen oder... Aha. Bam! One shot, one kill. Aber ich werde jetzt mal... Oh, Banane. Was ein Scheißwurf. Und ich muss hier wieder... ...alles alleine machen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Bourbon ist wirklich so eine wahnsinnige Hilfe hier. So, was haben wir denn hier sonst noch so rumliegen? Gar nichts mehr. Ist auch ziemlich dunkel hier drin, möchte ich meinen. Da liegt noch was. Ich... Ha! Unser blutiges Gemetzel mit den Banditen war vorüber. Mit Monstern und Mutanten hatte ich gerechnet. Aber wie viele weitere Mitmenschen werden noch versuchen, mich zu töten, bevor ich die Polis erreiche? Die Brücke ist ein übler Ort. Hier der Plan. Du passt auf mich auf und ich auf dich. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir es. Spiel nicht den Helden, Junge. Ich bin heute nicht in der Stimmung getötet zu werden. Alles klar, kann ich hier Licht ausmachen? Ich kann hier Licht ausmachen. Da liegt was im Filter. Ach die Scheiße hier. Ah, warte mal. Ja, gedrückt halten und damit kann ich hier dann voll aufladen. Okay. Die Durchschlagskraft zu erhöhen. Gab's was, du sagst du? Anziehen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ihr Scheiße. Ich seh' nicht mal welche. Wow. So. Nicht lange so bleiben. Gib's ihm. Sehr schön. Oh. Wieder aufpumpen, damit die Taschenlampe auch schön glüht. Komm ich da eigentlich rein? Weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Das war's mit dir, du Mistfeed. Das ist der Militärwagen der Hauptzeit. Die Suche nach Dempandeten. Wollen wir mal lieber hier, weil die dürften starkes Geschütz dabei haben. So. Weiter. Okay. Sie sind jetzt weg. Wir können hier. Und wieder einen neuen MP. Hat er noch was? Er hat noch was. Äh. Ach da. Ich wollte mal sagen, wo ist er denn hin? Wait for me. Ich werd so gern mit Kadavern beworfen, das ist echt. Herrlich. Bewege dich. Scheiße, wir sind ein Abstoß. Und Ruhe. Deswegen liebe ich dieses Spiel. Hey, Kollege. Hahaha. Einfach Fersengeld geben. Kann er sich nämlich darum kümmern. Voila. So, das war's. Ist ja einer, aber auch immer anspringen müssen, wenn sie tot sind. Wie praktisch. Dann sollten wir da unbedingt rein gehen. Liegt hier? Ach egal. Ja. I fucking knew it. Wo geht's denn hier runter? Ach, was da? Pass. Wuhuhuhuhu. Jaaaa, lass mich durch. Da war die Treppe. Ich geh als erster essen. Ich geh als erster essen. Da war's. Wuhuhuhu. Was ist denn das? Was ist denn das? Jaaaa, so. Das war's. Das war's. Einfach, nur geschenkt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann Nehme ich gerade noch mit